Wir bekennen, dass wir nicht immer unser Bestes gegeben haben. Wir hoffen, dass wir trotzdem kein hoffnungsloser Fall sind. Wir sind sicher, dass die Narren es besser machen. Und für uns ein Beispiel sein werden. Wir grüßen unseren Staatsgast, deren Gast Dr. Thomas Klesdien. Bitte schön, Herr Präsident, darf ich Sie bitten? Der Durchfall habt ihr schon gekriegt, oder? Das heißt aber nicht, dass ihr mit euren Entscheidungen am Volk überall durchfallet, oder? Wer ist denn eigentlich draufgekommen, was Spuren beseitigt? Oh, Egon. Klopapier. Das musst du jetzt ausprobieren. Das musst du machen. Vandal. Was steht denn da drauf? Phänomenal. Vandal wird besonders empfohlen zur Bekämpfung von politischen Schädlingen. Haben wir das zu allbeschwende? Da haben wir das übernommen, was ich mache. Nein, 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 nein. Jetzt schauen wir mal, ob das wirkt. Wirklich, was wir aufhauen, gell? Also die Schädlingsbekämpfung sitzt zu Wort. Nicht so genau, Herr Schädling. Jetzt haben wir jetzt über Sie geschrieben. Ja, danke. Danke. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020